Hallo, hallo. Mein Name ist Deborah Fleischmann und in dieser magischen Folge möchte ich darüber sprechen, wie Trauma die Persönlichkeit verändern kann und was es genau konkret bedeutet, dass eben bei Trauma das Gehirn überhitzt. Let's go. Zum Thema Trauma. Traumafolgen, also Konsequenzen von Trauma und was Trauma überhaupt ist, welche verschiedenen Arten von Trauma es gibt und so weiter und so fort, habe ich bereits einige Podcast-Folgen hier auf meinem YouTube-Kanal hochgeladen, die du unter anderem in meiner Playlist Working with Traumatized Human Beings findest oder auch in meiner Playlist Mental Health, Depression, Shadow Work, Shadow Integration, wo es sozusagen darum geht, dass Trauma immer bedeutet, dass bestimmte Gefühle abgespalten werden, um sie eben nicht zu fühlen, weil sie zu schmerzhaft sind, aber abgespaltene Gefühle immer Entmachtung bedeuten und integrierte Gefühle Ermächtigung. Also sozusagen Trauma ist ein schwerer Einschnitt in die Lebensqualität und in das Leben eines betroffenen Menschen und das Gehirn macht es sozusagen automatisch, dass das, was zu schmerzhaft ist, nicht mehr gefühlt wird oder nicht mehr wahrgenommen werden kann, weil sonst einfach der psychische Tod droht. Also es gibt nicht nur einen physischen Tod, sondern auch einen psychischen Tod und deswegen wird eben das abgespalten, was sich nicht ertragen lässt. Und letztlich bedeutet das aber eben auch eine immense Einbußung an Lebensqualität in der Folgezeit, weil diese Gefühle, nur weil sie abgespalten oder verdrängt sind, dennoch da sind. Also gerade bei Menschen, die in der frühen Kindheit schwere Traumata erlebt haben, kann es eben auch zu Entwicklungsstörungen, Persönlichkeitsstörungen kommen. Und letztlich hat das eben weitreichende Konsequenzen für ein Menschenleben. Also es beeinflusst die Arbeitsqualität, die Lebensqualität, die Liebesfähigkeit. Sämtliche Bereiche des Lebens werden davon beeinträchtigt. Und je früher ein Trauma stattfindet, desto schwerwiegender sind eben die Folgen, weil ein Mensch, der, sage ich mal, jetzt schon erwachsen ist, hat mehr Möglichkeiten damit umzugehen, kann sich auch selber Hilfe suchen gegebenenfalls. Also hat auch bestimmte Ressourcen, hat schon ein Narrativ, sage ich mal. Also kann schon auf besondere Lebensereignisse oder Hindernisse, die er schon überwunden hat in der Vergangenheit, zurückgreifen und sich selber sagen, hey, ich habe das schon geschafft, das schaffe ich auch noch. Oder ich weiß, wie ich jetzt da weitermache oder wen ich mir zurate ziehe. Ja, also ein Erwachsener kann anders mit Dingen umgehen als ein Kleinkind beispielsweise. Und bei traumatischen Erlebnissen wird unser Gehirn eben mit Stresshormonen überflutet. Und das wirkt sich dann sehr ungünstig auf die Nervenzellen im Gehirn aus, vor allem auf den Hippocampus, also der da so fürs Denken zuständig ist. Und deswegen wird dann auch langfristig die Zusammenarbeit zwischen der Amygdala, also was für die Gefühle zuständig ist, und eben dem Hippocampus gestört. Also diese Abspaltung findet eben statt. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass gerade Kleinkinder in einem liebevollen Umfeld sind, wo eben keine Gewalt stattfindet. Weder physisch, noch verbal, noch auf sonstigen Wegen. Und das ist ganz wichtig, dass dieses Verständnis vorhanden ist. Und deswegen nehme ich auch diese Podcast-Folge auf, weil ich da letztlich auch die berühmte Traumapsychologin Verena König zitieren möchte, die auch einen eigenen YouTube-Kanal hat, den ich dir wärmstens empfehlen kann, wenn du dich für das Thema Trauma interessierst. Ich verlinke ihn hier auch in dem Titel dieser Podcast-Folge. Und ihr Basic-Mindset ist eben das Wissen, um Trauma hat die Kraft, die Welt zu verändern. Weil letztlich das Basic-Mindset ist, dass wir in eine kollektiv traumatisierte Welt hineingeboren werden. Also kollektiv traumatisiert im Sinne von, es finden ständig Kriege statt. Seit es Menschen gibt, gibt es Kriege, gibt es Gewalt. Und das hat immer Auswirkungen, Stichwort auch transgenerationale Traumata, auf die nachfolgenden Generationen. Und letztlich, wenn man ein Bewusstsein dafür hat, was Trauma anrichtet, nicht nur für einen Menschen, sondern auch für die nachfolgenden Generationen, dann weiß man eben, dass das nicht nur einfach eine kleine Verletzung ist, sondern wie gesagt etwas, was sich über Generationen hinfortführen lässt. Kurz gesagt, ein Trauma ist eine lebensbedrohende Situation, in der das Gehirn alle unnötigen Wahrnehmungen und Handlungen stilllegt und die wichtigen Handlungen, wie eben den Fluchtreflex, also dass man wegläuft oder auch das Erstarren auslöst. Also es gibt entweder Angreifen, Totstellen oder Weglaufen. Groß, rational überlegen ist dann nicht mehr möglich. Und deswegen wird sozusagen vom gezielten Verhalten auf instinktives Verhalten geschaltet, wie man das eben auch aus dem Tierreich kennt. Also sehr reaktiv, nicht mehr proaktiv, bewusst, sondern unbewusst, wie ein Tier, das eben nur noch seinen Instinkten folgt, nämlich dem Hauptinstinkt, ich muss überleben und deswegen gibt es jetzt nur noch Angreifen, Weglaufen, Totstellen. Dabei wird dann auch die traumatische Erinnerung auf der emotionalen Seite hängen bleiben und eben von dem Teil des Gehirns getrennt, der für das Denken und für die kognitive Verarbeitung zuständig ist. Also du kannst es dir vorstellen, wie wenn du am Computer bist, du klickst was an und du bekommst eine Fehlermeldung. Da kommt nur Error, Error und du denkst dir, was soll das? Ich wollte jetzt diese Seite öffnen, wieso geht das nicht? Es kommt einfach eine Fehlermeldung und diese Fehlermeldung geht auch nicht mehr weg und du kannst sie auch nicht beheben und ja, das ist dann einfach so dieses Feststecken. Also Fehlermeldung, du kannst sie aber auch nicht beheben, weil die Möglichkeiten oder die Tools, sag ich mal, die du bräuchtest zur Fehlerbehebung, die sind eben auch nicht abrufbar, weil das eben auf der anderen Seite stattfindet vom Gehirn. Also so ganz einfach erklärt. Tatsächlich können Traumata auch schwerwiegende körperliche Folgen haben. Also Trauma ist nicht nur einzig und allein ein Angriff auf das Gehirn, sondern auch auf den Körper. So kann es zum Beispiel sein, dass Menschen auch im Erwachsenenalter oder schon im Teenageralter körperliche Erkrankungen haben, die ihre Ursache aber eigentlich in frühkindlichen Traumata haben. Also man darf das wirklich nicht unterschätzen und denken, naja, die ersten Jahre waren nicht so optimal. Denn wie gesagt, die ersten Lebensjahre sind immer prägend und haben massiven Einfluss auf das weitere Leben, also auf das gesamte Erwachsene Leben. Also du denkst, ach, die Kinder, das ist so kurz, das Erwachsenenleben ist viel länger im Vergleich. Ja, aber das Gehirn bildet sich eben in den ersten Lebensjahren aus. Du kennst auch den Spruch, zeig mir einen Jungen bis sieben Jahre und ich zeige dir den Mann. Da ist etwas Wahres dran, weil einfach die ersten Jahre die prägendsten sind. Und das Gehirn sich auch ungefähr bis zum 25. Lebensjahr entwickelt. Und ja, letztlich da viel, viel, viel geschieht. Und deswegen ein traumasensibler Umgang wichtig ist, auch für weitere Generationen. Oder bezogen auf Erwachsene, ein traumasensibler Umgang mit Traumabetroffenen, weil letztlich Trauma etwas ist, was sich jeglicher Kontrolle entzieht. Also das ist nichts, wo man sagt, dafür kannst du etwas, sondern das kann geschehen. Ja, ein Schicksalsschlag, eine Krankheit, irgendetwas Krasses, was passiert, was du einfach nicht verarbeiten kannst und wo du dann auch nicht umgehen kannst. Also wo du nicht einfach sagen kannst, das war jetzt schmerzhaft, aber naja, geht schon. Sondern es kann Menschen brechen. Also Trauma hat das Potenzial, einen Menschen wirklich zu brechen. Ja, im schlimmsten Fall, dass sich jemand suizidiert, weil er beispielsweise den Konsequenzen einer posttraumatischen Belastungsstörung langfristig einfach nicht entkommt. Oder jemand wird schwer drogensüchtig, ja, esssüchtig. Also auch sämtliche Süchte sind ja auch dem geschuldet, dass jemand merkt, in einem bestimmten Teil seines Lebens hat er keine Kontrolle. Deswegen sucht er unbewusst meist einen Teil oder einen Bereich im Leben, wo er Kontrolle ausüben kann. Und das sind eben dann Bereiche, die oftmals mit Sucht verbunden sind. Esssucht, Spielsucht, Sexsucht, Drogensucht, Alkoholsucht, wobei Alkohol an sich auch eine Droge ist. Aber ich erwähne das nochmal separat, weil das nicht jedem bewusst ist. Auf jeden Fall letztlich alle Süchte haben mit Kontrolle zu tun, die man eigentlich gerne in einem anderen Lebensbereich auch hätte. Aber merkt, ich kann diese Kontrolle dort nicht ausüben. Ich weiß auch nicht, wie ich sie jemals dort ausüben kann. Und deswegen kommt es dann eben vermehrt zu Suchtverhalten. Also muss nicht der Hauptgrund sein. Jemand kann auch einfach so in eine Sucht schlittern. Beispielsweise nach einer Knie-OP bekommt eine Person Opiate verschrieben und merkt dann, oh, mir geht es immer ganz gut mit Tramadol und Fentanyl und was es da alles gibt. Und dann kann die Person auf einmal eine Drogensucht, eine Tabletten-Sucht haben, ohne dass sie jemals vorher irgendetwas mit Medikamentensucht oder Drogensucht zu tun hatte, weil sie ja vorher einfach nur im Leistungssport tätig war. Also es kommt immer bei allem auf den Kontext an. Man kann nie pauschal sagen, etwas ist so oder so. Aber jetzt eben in Bezug auf Trauma kann das oft der Fall sein, dass jemand, der Trauma erlebt hat, dann eben in bestimmte Suchterkrankungen rutscht oder eben auch psychische Erkrankungen später, wie gesagt eingangs erwähnt, Persönlichkeitsstörungen, irgendwelche Entwicklungsstörungen, die sich dann im weiteren Leben zeigen. Und das kann auch verspätet auftreten. Also jemand kann lange unauffällig sein und dann irgendwann doch auffällig werden. Also im sozialen Umgang oder wie auch immer. Oder jemand kann mit seinem Geld überhaupt nicht mehr umgehen. Also es gibt ja unendlich viele, sag ich mal, Spielräume und Timelines, sag ich immer. Also Szenerien, die sich da abspielen können, kommt auch immer darauf an, inwieweit jemand ein stabiles, unterstützendes Umfeld hat. Aber das jetzt nur am Rande. Wie gesagt, weiterführende Podcast-Folgen findest du in den eingangs erwähnten Playlists. Oder du schaust auch, wie gesagt, bei der Traumapsychologin Verena König vorbei, die darüber auch viel gesprochen hat und auch geschrieben hat und die eben auch Traumatherapien in ihrer eigenen Praxis anbietet. Patienten mit traumatischen Erfahrungen können sich manchmal oder auch zeitweise nicht mehr spüren oder haben eben das Gefühl, dass Teile ihrer Persönlichkeit ihnen nicht mehr oder gar nicht zur Verfügung stehen. Wie gesagt, das ist eben diese Fehlermeldung, Error, Error. Du kannst es aber auch nicht beheben, weil das, was du brauchst zum Beheben des Fehlers, steht dir nicht zur Verfügung, es ist nicht abrufbar. Und deswegen sind sie dann nur noch eingeschränkt fähig, ihren Alltag zu meistern, beruflich wie privat, ja also der Work-Life-Flow ist gefährdet. Und das Problematische bei Trauma ist, dass Menschen, die Trauma-Erfahrungen gemacht haben, dass sie nicht unbedingt ein Bewusstsein dafür haben, weil sie einfach nur wissen, naja, das war jetzt keine gute Erfahrung, das war schlimm für mich, ja, also zum Beispiel Scheidung oder Trennung oder wie gesagt Krankheit, Verlust, Schicksalsschlag. Es gibt ja so viele verschiedene Szenarien, die ein Menschenleben beeinträchtigen und ja auch wie gesagt gefährden können im schlimmsten Fall, dass sich jemand das Leben nimmt. Und deswegen ist Trauma so gefährlich, weil es eben auf den ersten Blick vielleicht nicht als Trauma interpretiert wird oder wie gesagt, weil kollektiv in der Gesellschaft auch noch das Wissen fehlt für Trauma, weil es immer heißt, naja, so ist eben das Leben. Ja, irgendwas ist ja immer. Ja, irgendwas ist immer, aber wie gesagt Trauma ist eben nicht einfach eine kleine Schnittwunde am Finger, die von selbst verheilt innerhalb von ein paar Tagen, sondern Trauma ist wie gesagt ein Angriff auf das Gehirn und kann auch die Persönlichkeit nachhaltig negativ beeinträchtigen. Und je früher Trauma oder Traumata stattfinden, auch je nachdem, wie schwerwiegend die sind, ja, also zum Beispiel Menschen, die als Kind von sexuellem Missbrauch betroffen waren, können auch sehr schwere Folgen davon tragen, wenn das nicht behandelt wird oder teilweise auch Mitbehandlungen, die trotzdem ihr Leben lang mit Depressionen und Ängsten kämpfen. Ja, ich habe in meinem Leben insgesamt drei Menschen kennengelernt, die als Kind solche Erfahrungen gemacht haben. Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe riesen Respekt dafür, dass sie ihr Bestes geben im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Und tatsächlich sind diese Möglichkeiten auch unterschiedlich ausgeprägt. Tatsächlich abhängig davon, wie früh Hilfe kam. Ja, und das hängt auch oft eben davon ab, wie früh jemand Hilfe bekam, wie früh jemand darüber sprechen konnte, sich jemandem anvertrauen konnte. Ich denke, wir leben aktuell in so Zeiten, wo immer mehr Missstände hochkommen, also wo vieles, was im Verborgenen war, auf einmal sichtbar wird. Ja, also auch im Rahmen von toxischen Dynamiken, missbräuchlichen Dynamiken, die, ja, weltweit überall stattfinden können, wo Menschen eben zusammenkommen, dass die Menschen sich jetzt einfach weltweit mehr trauen, Missstände anzusprechen, über das zu sprechen, was ihnen widerfahren ist, was sie erlebt haben. Und das ist auch gut so, weil eben, wie gesagt, dieser kollektive Bewusstseinsanstieg, der stattfindet, nicht mehr aufzuhalten ist und eben auch das Bewusstsein für jeden Einzelnen schärft, was alles passieren kann, welche Gefahren es gibt und wie man dem Ganzen natürlich dann präventiv vorbeugen kann. Ich selbst bin kein Psychologe und biete auch keine Therapien an. Ich selbst habe Sozialwissenschaften und soziale Arbeit in Nürnberg, an der Fakultät Technische Ohmhochschule Nürnberg studiert und habe dort im Rahmen meiner Arbeit und darüber hinaus auch in meinem Berufsleben mich ausgiebig mit Trauma beschäftigt. Wie gesagt, weiterführende Podcastfolgen findest du in den eingangs erwähnten Playlists. Und ja, ich persönlich denke, dass jeder Mensch ein Bewusstsein für Trauma haben sollte, einfach weil jeder Mensch ein Teil von einem sozialen Gefüge ist, beruflich wie privat. Und ich persönlich auch davon überzeugt bin, dass du immer ein Stück weit auch Verantwortung für die Menschen trägst, die in deinem Umfeld sind, beruflich wie privat. Du kannst nicht einfach sagen, das geht mich nichts an, beziehungsweise das kannst du natürlich schon, aber aus meiner Perspektive ist das einfach antisozial. Also du hast ein gewisses Verantwortungsbestreben an den Tag zu legen, das ist meine Meinung dazu. Und dazu gehört aus meiner Sicht eben auch das Bewusstsein für Belastungsstörungen, ja komplexe posttraumatische Belastungsstörungen, die beispielsweise nach andauernder Extrembelastung auftreten können. Ja, du hast bestimmt Familienmitglieder, Freunde, Kollegen, Nachbarn, mit denen du tagtäglich irgendwie interagierst. Und da wird dir auffallen, wenn jemand sich anders verhält. Und ich möchte betonen, dass es da natürlich individuelle Referenzlinien gibt. Ja, also jeder hat so, sag ich mal, seine Baseline, also wenn jemand von Natur aus immer eher still ist, dann muss man sich keine Sorgen machen, wenn die Person auch weiterhin still ist. Wo jemand anderes, der die Person vielleicht nicht kennt, sagt, der ist aber still, was ist mit dieser Person? Wo dann jemand, der die Person näher kennt, sagen kann, nee, der ist immer so, das gehört so bei dem, ja, das ist er einfach. Aber wenn jetzt jemand, der immer laut ist und fröhlich auf einmal sehr zurückgezogen ist, sich sehr isoliert, sich überall eben rausnimmt, Kontakte verweigert und vorher das aber nicht so war, dann kann man damit rechnen, dass es irgendeinen Einschnitt gab oder irgendetwas der Auslöser dafür ist, weil dieses Verhalten ja atypisch ist. Also es ist weit weg von der Baseline, es ist weit entfernt von dieser Baseline des in dem Fall jetzt fröhlich ausgelassenen Daseins. Ja, also deswegen muss man auch immer ein Gespür haben und das entwickelt man eben nur durch Bindung. Und das geschieht eben nur durch den alltäglichen, meiner Ansicht nach eben auch analogen Austausch. Also nicht nur dieses digitale Emojis schicken, sondern auch persönlicher Kontakt, aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, weil sonst eben auch die Vereinsamung droht und Menschen, die zum Beispiel keine Familie haben oder wenig soziale Kontakte, dass die dann einfach abstürzen können und keiner bekommt es mit und es interessiert irgendwie auch keinen. Ja, die ganzen Menschen, die auf der Straße leben, ja, die landen da ja nicht aus gutem Willen. Ja, also es gibt bestimmt einen Bruchteil von Menschen, die sagen von sich aus, ich möchte obdachlos sein. Ich möchte nicht an dieser Gesellschaft teilnehmen, aber ich bin mir sicher, der Großteil landet dort unfreiwillig, weil es eben, ja, zu Lebenssituationen kommen kann, die dich auf die Straße bringen. Ja, wenn du minderjährig bist und deine Eltern sind beide Alkoholiker und du weglaufen musst, weil du Angst hast, dass sie dich tot prügeln in ihrem Wahn, ja, dann landest du eben gegebenenfalls auf der Straße. Und die ganzen Nothilfestellen, die Jugendämter sind ja überall überfüllt, überall gibt es Personalmangel. Also es gibt einfach sehr viele Schicksale, die nicht freiwillig so gewählt sind, ja, oder auch Erwachsene, die dann von Armut betroffen sind oder Gewalterfahrungen gemacht haben und dann irgendwie auf der Straße landen oder in Kliniken landen oder wo auch immer. Also da ist oft eben die Ursache Trauma und Gewalterfahrung und deswegen ist es aus meiner Sicht auch wichtig, dass man guckt, wie ist denn das Arbeitsklima, wie ist denn das familiäre Klima. Man kann nicht einfach sagen, naja, die Zeiten sind eben schlecht und deswegen lasse ich jetzt meine schlechte Laune an allen raus. Jeder Mensch muss für sich Verantwortung übernehmen und eben auch für seine Mitmenschen und dafür Sorge tragen, dass er sie mit Respekt behandelt und eben nicht schlecht behandelt, weil das Klima sich eben auswirkt. Energien sind ansteckend. Wenn du in einem Umfeld bist, in deiner Familie, beruflich, ja, also wenn du mit Menschen tagtäglich zusammen bist, die dir nicht wohlgesinnt sind, die womöglich sogar gehässig sind, die feinselig sind, die aggressiv oder passiv-aggressiv auftreten, dann macht dich das auf Dauer krank. Ja, es gibt Familien, die sehr destruktiv und toxisch sind. Es gibt Arbeitsklimata, die wirklich sehr destruktiv und toxisch sind. Deswegen kann man nicht einfach sagen, dieses ganze Mental Health Awareness, was soll das? Naja, die Menschen sind nur dann lebens-, liebens- und leistungsfähig, wenn die Umgebung auch stimmt. Ja, du bist in gewisser Hinsicht auch immer ein Produkt deiner Umwelt und letztlich machst du auch deine Umwelt zu einem Produkt von dir. Also das ist immer ein Geben und Nehmen, das ganze Leben ist ein Energieaustausch. Ja, ein Work-Life-Flow kann nur dann gut gelingen, wenn er eben proaktiv statt reaktiv gestaltet wird. Und deswegen kann man nicht einfach sagen, ach, traumasensible Kommunikation brauchen wir nicht. Also ich persönlich glaube schon, dass wenn man merkt, dass es jemandem schlecht geht, dass man diese Person dann auch in gewisser Weise schonen muss, auch aus Arbeitgebersicht oder im privaten Kontext, ja, Familienmitglieder, Freunde, Bekannte, dass man da nicht noch nachtreten muss, wenn jemand sowieso schon am Boden liegt, ja. Und wie gesagt, eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung entwickelt sich meistens eben als Folge von sehr schweren und auch anhaltenden oder wiederholten Traumatisierungen. Also da geht es dann nicht nur um eine Traumatisierung, sondern um mehrere, die womöglich auch gleichzeitig auftreten, womöglich auch in jungen Jahren. Und letztlich Trauma beeinträchtigt immer das Denken, die Gefühle und auch die sozialen Beziehungen. Ja, und letztlich geht es dann darum, dass die Persönlichkeit nach Extrembelastungen auch verändert sein kann. Zum Beispiel kann ich die am folgenden Symptome von einer komplexen posttraumatischen Belastungsstörung nennen. Die kann natürlich auch weniger extrem auftreten, aber ich beginne immer am liebsten mit Extrembeispielen und dann kann man ja immer noch, sage ich mal, differenzieren und von der Hemmschwelle runtergehen. Also Punkt 1, Veränderungen bei der Regulierung von Gefühlen. Also beispielsweise hat jemand Schwierigkeiten, die Gefühle zu steuern, ja, fehlende Impulskontrolle. Dass jemand dazu neigt, sich selbst zu zerstören mit seinem Verhalten. Ja, wie gesagt, Drogensucht, Spielsucht, Esssucht, ja, riskantes Autofahren oder allgemein eben ein sehr ausgeprägtes Risikoverhalten, wo man, wenn man von außen drauf schaut, sich fragt, okay, also hat diese Person überhaupt noch einen Lebenswillen oder was ist da los? Punkt 2, dann auch die Veränderungen bei Aufmerksamkeit und Bewusstsein, ja, also eventuell auch Amnesie, also die Verlust von Erinnerungen neigen zu Dissoziationen, also dass man sich selbst entfremdet fühlt, dass man sich von sich selbst irgendwie wegkoppelt. Wie gesagt, Denken und Fühlen sind gestört und getrennt. Dann auch, wie gesagt, Veränderungen bei der Selbstwahrnehmung und auch beim Gefühl der eigenen Identität, also dass man irgendwie das Gefühl verliert, wer ist man eigentlich, damit auch einhergehend ein geringes Selbstwertgefühl, Schuldgefühle, das Gefühl von anderen isoliert zu sein, ja, und dass man sich selbst auch nicht mehr um sich selbst kümmern kann, zum Beispiel auch Vernachlässigung der Körperpflege, der Körperhygiene, dass jemand einfach nicht mehr aus dem Bett kommt, dass jemand sich nicht mehr wäscht, dass sich jemand nicht mehr anzieht, dass jemand nicht mehr ist, dass jemand einfach aufgibt, du merkst einfach, jemand gibt auf, jemand lässt sich hängen, jemand gibt auf und zwar nicht nur einmal kurz, so ein bisschen chillmäßig, sondern wirklich jemand gibt komplett auf. Dann auch die Veränderungen in den Beziehungen zu anderen, Feindseligkeit, ja, also anhaltendes Misstrauen, dieses jeder will mir was Böses, jeder will mir was Schlechtes, auch die Neigung, immer wieder in die Opferrolle zu geraten und die dann natürlich auch in der Außenwelt immer bestätigt zu sehen, also dieses, ich wurde einmal Opfer, ich bin jetzt für immer Opfer, ja, also sozusagen, dass das Event zur Identität wird. Und da sehe ich auch heutzutage ein bisschen die Gefahr, dass natürlich jetzt jeder durch das Bewusstsein von Trauma und Gewalt, was ja zunehmend, über diese Erfahrungen spricht, was zum einen eben den Vorteil hat, dass das Bewusstsein dafür geschärft ist, dass man präventiv mehr machen kann. Auf der anderen Seite gelangt man auch dadurch schneller in die Opferrolle und kann sich eben ausruhen in Diagnosen und sagen, schau her, das und das ist mir geschehen und deswegen kann ich XY nicht machen. Ich persönlich denke, dass man da immer einen Mittelweg finden muss, der auch immer nur individuell gestaltbar ist, also man kann nie pauschal sagen, das ist jetzt wirklich die Opferrolle bei einer Diagnose beispielsweise und das ist jetzt wirklich einfach nur Faulheit und Trägheit, wo sich jemand auf einer Diagnose aussuht und sagt, ich bin traumatisiert, deswegen kann ich nicht arbeiten oder ich bin traumatisiert und ungeliebt und deswegen kann ich auch keine Rücksicht auf andere Menschen nehmen. Ja, also man muss immer ein bisschen differenziert denken und überlegen, okay, wo ist das jetzt eine Ausrede und wo kann etwas wirklich nicht stattfinden, wo schafft es jemand wirklich nicht, bestimmte Dinge zu erledigen oder bestimmte Erwartungen gesellschaftlich, beruflich wie privat zu erfüllen. Ja, und das kann man eben auch aus meiner Sicht nur durch Bindung herausfinden, nur wenn man jemanden kennt und wie gesagt diese Baseline kennt und weiß, wie ist jemand normalerweise, wie ist jemand jetzt aktuell, was ist da los? Und man muss eben, wie gesagt, einfach mehr aus meiner Sicht Rücksicht nehmen auf seine Mitmenschen, weil eben durch die, ja ich sag mal globalen Umstände, ja Kriege, Inflationen, Rezessionen, all das belastet natürlich Familien, das belastet Arbeitsplätze und das tauscht sich dann gegenseitig wieder aus und beeinflusst sich gegenseitig. Also du kannst ein Problem nie als ein einziges Problem sehen. Ein einzelnes Problem muss immer im Kontext weiterer Probleme betrachtet werden. Ja, also ein Problem ist nie einfach nur ein Problem, sondern meist die Konsequenz weiterer Probleme und dann auch wieder die Ursache für weitere Probleme. Und ein Mensch mit zum Beispiel psychischen Problemen oder Auffälligkeiten, der hat die ja nicht einfach so, sondern er ist eben an seine individuelle Belastungsgrenze angelangt und ja, findet da keinen Ausweg und deswegen kommt es dann zu weiterfolgenden Problemen, wie zum Beispiel im schlimmsten Fall jetzt Arbeitsplatzverlust, Depressionen, sozialer Rückzug, Sinnlosigkeit, ja also es gibt da ja unendlich viele Szenarien und es beginnt immer klein und kann aber sehr groß enden. Deswegen muss man da im Kleinen schon genau hinschauen und immer auch prüfen, hey, was ist mit meinem Umfeld los, auch sich selbst reflektieren, was ist mit mir selber los und dann kann man dem Ganzen besser auf die Schliche kommen. Ja, also man kann nicht einfach sagen, auf einmal war alles ganz groß, sondern Probleme fangen immer klein an. In Firmen, in Unternehmen, in Familien, in Institutionen, in Gesellschaften, in Regierungen, es beginnt immer alles ganz klein und auf einmal ist alles ganz groß, aber dieses auf einmal ist eigentlich eine Lüge, weil alles eben klein beginnt, aber es wird eben ignoriert. Also Probleme werden oft ignoriert. Ja, die Menschen gaslighten sich auf sämtlichen Ebenen und am Ende will dann keiner mehr Verantwortung übernehmen, weil alle sagen, ja, das war ja nicht in meiner Verantwortung. Ja, und das ist dann immer schwierig, weil man sich dann fragt, ja, und wer übernimmt jetzt die Verantwortung, jetzt wo der Schaden schon da ist. Aber gut, jetzt zum nächsten Kriterium. Also wie gesagt, Veränderungen bei der Selbstwahrnehmung und auch Gefühl der eigenen Identität hatte ich genannt. Dann, wie gesagt, anhaltendes Misstrauen, diese Neigung immer wieder in die Opferrolle zu geraten, dieses Ich wurde einmal Opfer der Umstände, ich werde es immer wieder sein, kann auch zu psychosomatischen Störungen kommen, also körperliche Symptome mit psychischen Ursachen, beispielsweise chronische Schmerzensymptome im Magen-Darm-Trakt, des Herzens oder auch mangelhafte Libido, also auch dieses Ich-habe-jahr-kein-Bock-mehr-auf-gar-nichts, ja, also kompletter Rückzug, gar keine Bindungen mehr in jeglicher Form eingehen und auch Veränderungen der Lebenseinstellungen, also Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, Sinnverlust, auch keine positiven Gedanken mehr, keine positiven Überzeugungen mehr, ja, Gefühle auch von chronischer Leere, womöglich auch Nervosität und das Gefühl, bedroht zu sein ohne äußere Ursache, zumindest eine sichtbare äußere Ursache. Feindseligkeit, feindliche und misstrauische Haltung anderen gegenüber hatte ich bereits genannt, wie gesagt, auch andauerndes Gefühl der Entfremdung von anderen Menschen, sozialer Rückzug und ja, all das führt eben dazu, dass sich eine Persönlichkeit nach Trauma verändern kann und ich, wie gesagt, bin auch davon überzeugt, dass wir eben in eine kollektiv traumatisierte Welt hineingeboren werden, weiterführende Podcast-Folgen, wie gesagt, in meinen Playlists oder auch einzelne verlinkt in der Beschreibung. Wichtig ist, dass du weißt, da wo du bist, egal was du jetzt beruflich machst, was du privat machst, wo du lebst, dass du weißt, dass Menschen Traumaerfahrungen machen können und es auch immer eine Frage der Resilienz ist und des eigenen sozialen Umfelds, wie man mit Trauma umgeht, ja, also jemand, der jetzt eine schwere Scheidung, einen Rosenkrieg durchmacht beispielsweise, wenn diese Person trotzdem noch ein liebevolles, unterstützendes Umfeld hat, dann wird diese Person auch diesen Rosenkrieg und diese Scheidung besser überleben, als wenn sie jetzt komplett auf sich allein gestellt ist, ja, ist ja logisch. Oder wenn jetzt jemand einen schweren Schicksalsschlag hat, weil das Kind krank ist oder das Kind stirbt oder der Partner stirbt oder die Eltern sterben oder das Haustier, ja, also man darf auch nichts verharmlosen und sagen, ja, bei dir ist ja nur das Haustier gestorben. Für manche ist das der Weltuntergang, weil die eine sehr innige Bindung zu dem Haustier haben, also man kann nie von außen einfach beurteilen und sagen, das ist nicht schlimm oder das ist nicht schrecklich, ja, nur weil du vielleicht etwas nicht nachvollziehen kannst, heißt das nicht, dass es für jemanden total schlimm ist. Und ja, wie gesagt, am besten immer nur möglich durch Bindungsaufbau und herausfinden, allgemein wichtig, das ist eigentlich so die Kernmessage dieser Podcast-Folge, du musst, um Menschen einschätzen zu können, beruflich wie privat, musst du immer die Baseline kennen. Du musst checken, wie ist eine Person normalerweise und dann merkst du auch, wie sie ist, wenn sie eben nicht sie selbst ist. Und dann weißt du, da ist irgendwas. Ja, das sieht man bei Kindern, das sieht man bei Jugendlichen. Wenn die anders sind als sonst, dann ist irgendwas. Die sind nicht einfach so anders. Jedes Verhalten hat einen Grund. Ja, und letztlich geht es immer darum, entweder vielleicht auch Aufmerksamkeit zu bekommen oder seine Ruhe zu bekommen, Stress zu bewältigen. Es sind immer meist so ähnliche Ursachen und die werden aber immer unterschiedlich bewältigt, auch abhängig davon, welche Vorbilder man hatte als Kind oder auch als Teenager oder ob man überhaupt welche hatte, ob man eventuell eher Prominente als Vorbilder sieht oder Influencer oder irgendwen, den man online in Anführungsstrichen kennengelernt hat. Und letztlich, wie gesagt, die Einschätzung von Trauma und auch einem unterstützenden Umgang mit betroffenen Personen im Arbeitsumfeld, im privaten Umfeld, ist einfach nur möglich, wenn diese Baseline gegeben ist. Und die kann man eben auch nur herausfinden durch, wie gesagt, Bindung und Perspektivenwechsel. Weil wenn du jetzt jemanden nur oberflächlich kennst, dann weißt du nicht, wie die Person normalerweise ist. Du weißt es einfach nicht. Du kannst es nicht einschätzen. Ja, wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, weiß ich nicht, ist der immer so, ist der nur so, weil XY? Ich weiß es nicht. Ich kann es nur herausfinden, wenn ich mich mit der Person unterhalte und wenn ich eine Bindung aufbaue. Und das ist überall so. In jeglichem Kontext, in jeder Berufsbranche, in jedem Konstrukt von Familie, von Beziehung, von Institution, von Firma. Es ist immer dasselbe. Es gibt auch Baselines von Institutionen. Kann ja sein, dass zum Beispiel eine Firma immer sehr, sag ich mal, verantwortungsvoll war und gute Zahlen geschrieben hat. Alle waren happy, alle waren erfolgreich, produktiv. Und dann kam eben eine wirtschaftliche Krise. Und auf einmal ist sie eventuell von eigenen Werten abgewichen, um bestimmte Sachen wieder auszugleichen. Das sorgt dann eventuell für Unruhe intern. Und da weicht man dann letztlich von der institutionellen Baseline ab. Also überall gibt es Baselines. Das gibt es individuell für Privatpersonen. Das gibt es für Kollektive wie Familien. Es gibt überall Baselines. Also so diese Grundlinie, dieser Grundwert, auch eine Grundstimmung, die jemand an den Tag legt. Es gibt Menschen, die sind von Natur aus eher ein bisschen melancholischer, grundsätzlich eher ein bisschen ruhiger, zurückgezogener. Und wenn man die dann trifft und die kennenlernt, dann weiß man, ah, der ist immer so. Und da fällt einem dann auch auf, wenn jemand vielleicht noch trauriger ist als sonst. Also ich lache nicht, weil das lustig ist, sondern weil ich gerade an jemanden denke, auf den das zutrifft. Also jemand, der so melancholisch ist und auf einmal ist jemand so richtig melancholisch und du merkst, also jetzt muss ich auch mal wieder intervenieren, sonst geht das in eine falsche Richtung. Ja, oder wenn jemand jetzt, wie gesagt, immer fröhlich ist und dann auf einmal gar nicht mehr, dann ist da vielleicht auch eine Trauma, wie sagt man, Traumaerfahrung oder irgendein Einschnitt im Leben, ja. Also irgendetwas, was belastend sein kann. Und ich möchte auch zum Schluss dieser Podcast-Folge betonen, es muss nicht immer etwas in Anführungsstrichen Schlimmes sein. Es kann auch etwas objektiv betrachtet Gutes sein. Also Menschen können sogar in Depressionen stürzen und Ängste entwickeln und Sorgen und in eine Krise geraten, wenn sie etwas Positives erleben, zum Beispiel die Geburt vom Kind oder ein Umzug, ein neuer Arbeitsplatz. Also nicht nur, weil etwas Negatives geschieht, kann etwas als belastend empfunden werden und traumatisierend, sondern auch, wenn in Anführungsstrichen etwas Gutes geschieht, wo dann alle Außenstehenden sagen, was ist denn dein Problem? Du hast doch jetzt die Traumhochzeit oder du hast doch jetzt das Kind, das du immer wolltest. Oder du hast doch jetzt das Traumhaus. Was ist denn dein Problem? Aber wo das eben subjektiv auseinanderklafft, was den Menschen dann oft, den Betroffenen auch bewusst ist irgendwie, hey, eigentlich lebe ich gerade in zwei Welten. Ich sollte mich eigentlich freuen, aber ich freue mich überhaupt nicht. Das gibt es auch. Also wie gesagt, man muss das immer individuell betrachten. Und man darf die Leute nicht gaslighten und die eigene Realität, die eigene Meinung, das eigene Weltbild, die eigenen Überzeugungen einfach so überstülpen und sagen, das gilt für mich, das gilt dann auch für dich. Man darf nicht einfach die eigenen Annahmen für alles und jeden gleichermaßen anwenden, sondern man muss das immer individuell betrachten. Und das kann man aber eben nur, wenn man, wie gesagt, die Baseline kennt und einfach merkt, hey, du bist doch sonst nicht so. Warum bist du jetzt so? Was ist los? Also, dass man mit Menschen im Gespräch bleibt und sie wie Menschen behandelt und nicht wie Objekte und einfach sagt, du machst das und du bist dafür da und du musst nur funktionieren und das und das tun. Weil Menschen, die merken, dass sie nicht wie Menschen behandelt werden, die werden sich entweder aus der Beziehung entfernen, aus der Familie entfernen, aus der Firma entfernen und woanders hingehen. Das ist einfach so. Also, das ist ein Naturgesetz. Keiner möchte wie ein Objekt behandelt werden. Keiner möchte einfach nur von A nach B nach C geschoben werden, ohne richtig gehört zu werden. Und ich glaube, dass das heutzutage mehr oder nie ein Problem ist, weil die Menschen so alle mit sich selbst beschäftigt sind, dass sie denken, naja, wenn jeder mit sich selbst beschäftigt ist, dann ist ja an jeden gedacht. Also, wenn jeder an sich selbst denkt, dann ist an alle gedacht. Aber es gibt eben Menschen, an die denkt gar niemand. Und das ist schon auch ein Teil von gesellschaftlicher Verantwortung, der man eben in dem Rahmen nachgehen kann, wo man sich bewegt, beruflich wie privat. Wie gesagt, ich bin davon überzeugt, du bist schon verantwortlich für die Menschen, mit denen du arbeitest, mit denen du lebst, ein Stück weit. Das heißt nicht, dass du ihre Lasten tragen musst, aber dass du mit ihm im Dialog bleiben musst und sie nicht einfach abstempeln oder in Schubladen stecken darfst, weil du weißt nie, was dir mal im Leben passiert und du weißt aber ganz genau, was du dir wünschst, wie man mit dir umgeht. Also letztlich diese Urweisheiten, du solltest Leute so behandeln, wie du selbst behandelt werden möchtest, das gilt einfach überall. Und es ist letztlich dieses Spiegelprinzip, es kommt alles immer irgendwann zurück, vielleicht nicht von derselben Person, vielleicht auch nicht gleich danach, aber irgendwann glaube ich schon, also ich persönlich glaube schon so an energetisches Karma, dass alles irgendwann zurückkommt. Die Einstellung, die du gegenüber dem Leben hast, die du gegenüber Menschen hast, die du gegenüber der Arbeit hast, das kommt früher oder später zurück. Wie gesagt, nicht von denselben Menschen automatisch oder von dem selben Arbeitsplatz, aber irgendwann kommt alles irgendwie zurück. Deswegen muss man immer gut darauf achten, wie die eigene Einstellung ist, wie das eigene Energy Level ist, dass man sich natürlich nicht von irgendjemandem runterziehen lässt, aber dann gegebenenfalls sagt, schau mal, ich sehe das, ich nehme das so wahr, wir können dir Hilfe organisieren. Ich meine, es gibt nicht umsonst Therapien und Psychologen und Menschen, die in diesem Bereich tätig sind, um eben Menschen zu helfen, die wirklich schweren Belastungen ausgesetzt sind. Wie gesagt, kein Problem kann isoliert betrachtet werden. Meistens ist ein Problem nur die Konsequenz von viel tiefer liegenden Problemen und auch die Ursache von weiteren Problemen. Man muss auch Menschen immer im Kontext betrachten. Also, wie ist die aktuelle Lage, beruflich, privat? Du kannst nie sagen, es läuft da schlecht und das war's, sondern meistens ist es auch irgendwas anderes noch in Bereichen, die du vielleicht jetzt nicht siehst oder nicht wahrnehmen kannst. Und letztlich ist auch alles immer im Kontext des Zeitgeistes zu betrachten. Ja, wir alle wissen, Wertenormen, Paradigmen, auch Gesetze, die ändern sich, je nachdem, was gerade modern ist, was in ist. Ja, also jetzt aktuell eben auch viel Trauma-Care, Mental Health Awareness, auch nur möglich, weil der letzte Weltkrieg schon lange her ist, kann sich auch wieder umwandeln. Das möchte ich betonen. Ja, also, du hast immer nur dann die Möglichkeit, Gefühle aufzuarbeiten und Gefühle zuzulassen, wenn du gerade keine Krise hast. Ja, also die Menschen während und nach des Zweiten Weltkriegs, die konnten nicht sagen, jetzt möchte ich mal über meine Gefühle reden, weil das hat niemanden interessiert. Die mussten das Land wieder aufbauen, die mussten gucken, dass sie zu essen haben. Die waren alle kollektiv in einem Überlebenskampf, da war nichts mit Mental Health Awareness. Ja, also es ist natürlich auch ein Luxusgut, über Stress und psychische Beschwerden zu reden. Wie gesagt, Trauma, eine extreme Belastungsform der Psyche. Aber wie gesagt, und das ist so mein Basic-Kredo, man darf sich niemals, zumindest niemals zu lange in der Opferhaltung befinden, weil du gewöhnst dich an Haltungen, du gewöhnst dich an Einstellungen. Ja, es fängt immer klein an, du sagst vielleicht heute, ich mache heute mein Bett nicht, ich habe keine Lust. Morgen sagst du auch, ach, ich brauche mein Bett nicht machen, ich lege mich eh wieder rein. Ja, du machst es immer wieder und irgendwann merkst du, ey, ich habe schon seit drei Jahren mein Bett nicht gemacht und das war auch nur der Anfang. Dann habe ich auch angefangen zu trinken. Also jetzt als extremes Beispiel, natürlich sind dazwischen noch ein paar andere Schritte, aber ich persönlich glaube schon, dass alles immer so klein anfängt, so schleichend und man sagt immer, ach, passt schon, geht schon, aber letztlich, diese kleinen Dinge, die man dann lässt, führen dann zu großen Dingen, die man nicht lässt oder die man dann vernachlässigt und wie gesagt, du gewöhnst dich an Verhaltensweisen, du gewöhnst dich an Einstellungen, du gewöhnst dich an Haltungen und ich glaube schon, dass wenn sich jemand in dieser Opferhaltung befindet und sich daran gewöhnt, dass er es sich dann darin auch bequem machen kann. Wie gesagt, nicht falsch verstehen, Menschen, die wirklich schwere Dinge erleben, die brauchen professionelle Hilfe, aber immer mit dem Hinweis, dass das langfristige Ziel ist, aus dieser Opferhaltung rauszukommen und nicht da drin zu bleiben. Also letztlich mit Energy Shift, dass man sagt, okay, das war schrecklich, aber posttraumatisches Wachstum kann stattfinden, wenn ich eben an mir arbeite und wenn ich das und das ändere und vor allem das und das akzeptiere, weil es einfach Dinge gibt, die sind schrecklich, die kann man nicht mit positiver Einstellung irgendwie ändern oder da kann man auch nichts Gutes draus ziehen. Manche Dinge sind einfach nur schrecklich und da kann man einfach nur akzeptieren. Aber wie gesagt, das ist immer auch kontextabhängig und immer individuell zu betrachten. Aber mein Basic Mindset, trotzdem immer Opferhaltung verlassen, vorsichtig sein bei dem, was Menschen sagen und wie sie sich verhalten, immer wieder die Bindung prüfen. Inwieweit ist man überhaupt in einer Bindung interessiert? Inwieweit kann man Empathie wirklich an den Tag legen? Inwieweit ist man fähig, Perspektivenwechsel vorzunehmen? Und inwieweit ist man fähig, die Baseline von Menschen rauszufinden? Ja, also wie gesagt, das ist ja immer so eine Typsache, auch Charaktersache. Manche Menschen sind von Natur aus eher stiller, manche sind eher lauter, manche sind so, manche so. Ja, also wie gesagt, wie die Persönlichkeit ist. Dann, wenn du diese Baseline kennst, dann weißt du auch, inwieweit sich jemand von der Persönlichkeit her verändert. Und dann merkst du auch, Moment mal, dass jemand ganz schön weit weg von der Baseline, da muss irgendwas nicht stimmen, das ist nicht normal. Ja, und es ist eben oft, wenn Menschen viel Stress erleben, chronische Stress erleben oder im schlimmsten Fall eben Traumaerfahrungen machen. Und ja, wie gesagt, je früher Traumaerfahrungen stattfinden, also in der Kindheit, und je heftiger sind und je öfter die stattfinden, desto schwerwiegender sind dann die Folgen. Wie gesagt, Menschen, die dann Persönlichkeitsstörungen haben, Entwicklungsstörungen, Bindungsstörungen, es gibt ja alles Mögliche und letztlich ist das Spektrum auch sehr breit. Also man kann nicht einfach sagen, jemand ist dort zu verorten, sondern es ist sehr breit, dieses Spektrum. Und ja, da gibt es dann auch wieder verschiedenste Abstufungen und das kann sich aber auch alles nochmal ändern. Und ja, letztlich gibt es ja dafür dann auch ausgebildete Psychologen und Psychotherapeuten und Psychiater, die Menschen dann helfen können, wieder in die Spur zu kommen. Wichtig ist für dich, dass du, wenn du eben jetzt bis hierher gehört hast, checkst, okay, also es gibt Sachen, die sind wirklich einfach zu krass für ein Menschenleben und dass du für dich jetzt mal fragst, okay, kenne ich die Baseline von meinen Mitmenschen? Zum Beispiel von deinen Eltern, von deinen Kindern, falls gegeben, ja, von deinen Geschwistern, von deinem Partner, von deinem Vorgesetzten, von deinen Kollegen und Kolleginnen, von deinen Nachbarn, von Menschen einfach in deinem privaten und beruflichen Umfeld, wo du einfach sagst, da kenne ich die Baseline. Ich weiß sofort, ich erkenne das teilweise schon an den Augen, wie jemand drauf ist oder am Blick, ja, oder am Gang teilweise. Du erkennst das einfach mit der Zeit. Du weißt, wenn jemand so redet oder so läuft oder auch nur so die Tür öffnet, du weißt sofort, wie die Person drauf ist. Ja, das bedeutet dann, dass du wirklich eine sehr feinfühlige Wahrnehmung hast und diese Baseline teilweise schon spürst, noch bevor du die Person siehst, hat natürlich auch Nachteile, ja, weil du dann vielleicht zu sehr im Außen bist. Also wie gesagt, das ist nicht damit gemeint, dass du jetzt für alle hier Verantwortung übernehmen musst und immer gucken musst, wer wie drauf ist. Immer in erster Linie bei dir selber bleiben, weil nur dann kannst du auch anderen helfen oder sagen, schau mal, ich glaube, du brauchst Hilfe, du musst irgendwo hin. Aber wie gesagt, die Baseline findest du nur raus, wenn du auch ein bisschen aus dir rausgehst, ja, also du bist nicht der einzige Mensch auf der Welt und du bist nicht der einzige Mensch mit Problemen und es gibt Menschen natürlich, die haben krassere Probleme als die anderen und alles ist natürlich auch immer eine Frage der Perspektive, ja, wie gesagt, frag jemanden in einem Büro in Deutschland mit seinen Mental Health Themen und dann frag jemanden in Afrika nach seinen Problemen, ja, also es sind einfach unterschiedliche Perspektiven, man kann auch nie pauschal sagen, das ist jetzt wirklich ein Problem und das ist keins, weil wie gesagt, alles immer eine Frage der Perspektive ist, immer auch eine Frage davon, wie gesagt, wie lange der letzte Krieg her ist. Wenn jetzt hier in Deutschland jetzt einen Krieg ausbrechen würde, dann würde womöglich demnächst keiner mehr über Mental Health Awareness sprechen, sondern da würden dann am besten die funktionieren, die sich am besten im Griff haben und die Gefühle womöglich auch für eine Weile abstellen können, was nicht heißt, dass das gesund ist, aber also jetzt in Hinblick auf einen Kriegskontext am nützlichsten, ja, deswegen wurden ja auch Jungen oder, ich sag mal, Kinder und allgemein Menschen des männlichen Geschlechts überwiegend so erzogen, dass sie ihre Gefühle unterdrücken sollen. Warum? Weil sie dann kriegstauglich sind, ja, weil ein Mann muss stark sein, er muss funktionieren und das weicht jetzt aber immer mehr auf, dass man sagt, hey, Männer dürfen auch Gefühle haben, die haben auch Gefühle, die dürfen sie auch zeigen, ja, was nicht heißt, dass sie dann zu weich sind, sondern einfach im Hinblick auf emotionale Intelligenz, dass sie sich eben nicht selbst schädigen mit ihrem Verhalten, weil sie eben denken, sie sind die Größten und die Tollsten, sondern dass sie sich auch Hilfe suchen dürfen bei Problemen und das sogar, ja, sie dann beruflich und privat weiterbringt, als wenn sie alles alleine mit sich selber ausmachen wollen, ja, also das ist aus meiner Sicht die gesunde Form davon, aber wie gesagt, alles hängt immer davon ab, auch Erziehungsmethoden, wie lange der letzte Weltkrieg zurückliegt und man merkt das ja auch, wie bestimmte Nationalitäten mit, ja, solchen Thematiken und Erziehungsfragen umgehen. Letztlich aber nochmal abschließend zu sagen, Trauma ist etwas, was wirklich jeden Menschen treffen kann und jeden Menschen nachhaltig verändern kann, auch die Persönlichkeit nachhaltig verändern kann und deswegen ist das Bewusstsein für Trauma so wichtig, auch wenn man selber nicht betroffen ist oder selber niemanden kennt, wobei ich davon ausgehe, dass jeder irgendwen kennt, der etwas Traumatisches mal erlebt hat, wie gesagt, ist auch subjektiv, ja, wie gesagt, der eine hat ein Trauma davon, dass ein Schäferhund kam und ihn gebissen hat und der nächste sagt, also das ist gar nichts, ich komme aus einem Kriegsgebiet und habe Leute gesehen, wie die erschossen wurden, was willst du mit deinem Schäferhund, ja, also ist trotzdem beides eine Form von Trauma, aber wie gesagt, unterschiedliche Abstufungen und immer kontextabhängig, ja, wichtig also nochmal zusammenfassend, Perspektivenwechsel, wichtig, Bewusstseinserweiterung, wichtig, Bewusstsein für Trauma und Traumafolgen, wichtig, Baseline von Menschen, vor allem Mitmenschen eben kennen, wichtig, private, soziale Beziehungen, auch offline und analog, Pflegen sehr, sehr wichtig und immer checken, jedes Verhalten hat einen Grund und nur weil du den Grund nicht kennst, heißt das nicht, dass er nicht existiert, ja, und wie gesagt, jedes Problem hat weitere Probleme zur Folge und ist die Folge von irgendeinem noch größeren Problem, ja, also je nachdem, wie tief man graben will, aber das heißt jetzt nicht, dass man da sein Leben mit Graben beschäftigen muss, aber ich glaube schon, dass die Lebensqualität steigt, wenn man nicht nur lebt, um zu funktionieren und alle Erwartungen zu erfüllen, ja, also das ist immer so ein schwieriger Spagat, man kann nie eindeutig sagen, so muss es gemacht werden, so muss gelebt werden, immer auch subjektiv wichtig, dass man das subjektiv für sich entscheiden kann, wie gesagt, aufmerksam sein mit den Mitmenschen und gucken, wer verhält sich wie und ist da irgendein abweichendes Verhalten, was war in letzter Zeit da los, ganz, ganz wichtig, weil nur so kann man eben dafür Sorge tragen, dass der Work-Life-Flow individuell, kollektiv und global gelingen kann und wie gesagt, das Bewusstsein für Trauma auch im Hinblick auf Kinder sehr, sehr wichtig, dass man versteht, dass ein liebevolles Umfeld nicht ein nice to have, sondern ein must have ist, also es sollte kein Privileg sein, aber leider ist es das noch, dass eben viele Kinder kein liebevolles Zuhause haben oder kein liebevolles Umfeld und deswegen umso wichtiger, dass man das versteht, das Trauma, je früher es stattfindet, umso schwerwiegendere Folgen haben kann, weil wie gesagt, Trauma immer ein Angriff auf das Gehirn ist und ein Kleinkind-Gehirn hat noch nicht die Fähigkeiten, Dinge zu reflektieren und einzuordnen und ein neues Narrativ zu bilden, weil noch keine Widerstandsfähigkeit, also keine Resilienz ausgebildet wurde, wie jetzt bei einem Erwachsenen, der womöglich schon einige Krisen ja mit Sicherheit, nicht nur womöglich, sondern mit Sicherheit schon hinter sich gebracht und erfolgreich gemeistert hat. Ja, also Resilienz kommt ja nur dadurch, dass man Herausforderungen begegnet und die überwindet. Deswegen meine ich auch, dass man mit Traumasensibel nicht verwechseln darf, dass jemand jetzt gar keine Krisen mehr durchmachen sollte und gar keine Herausforderungen mehr haben sollte. Aber wie gesagt, man muss das immer in Relation sehen, ja, also was jetzt für einen erwachsenen Mann vielleicht nur ein Problem ist, ist für jemanden, der noch Teenager ist, ein Riesenproblem, ja, oder für ein Kleinkind noch größer. Also du kannst ja nicht einfach von einem auf den Nächsten schließen. Das hat immer auch mit dem Alter zu tun. Wie weit ist das Gehirn schon entwickelt? Welche Ressourcen stehen zur Verfügung? Welche Möglichkeiten hat jemand auch finanziell, sozial, emotional? Du kannst nicht einfach sagen, das geht schon, das klappt schon, das macht er schon oder sie. Das kommt immer auf auch, ja, den ganzen Kontext an und der muss erst mal erschlossen werden. Und wie gesagt, das beginnt aus meiner Perspektive immer mit der Baseline, weil das das Erste ist, was du bei Menschen kennenlernst, wenn du länger mit ihnen zusammenarbeitest oder zusammen bist. Wie sind die drauf? Was ist so der Grundtonus? Was ist so die Grundstimmung? Und dann checkst du, aha, es gibt Abweichungen. Warum ist das so? Ja, ganz wichtig, dass du das verstehst. Wie gesagt, das Bewusstsein für Trauma, unendlich wertvoll aus meiner Perspektive, soll wie gesagt nicht heißen, dass man gar keine Herausforderungen und gar keine Krise und gar keine Hindernisse braucht. Im Gegenteil, ja, also du wächst ja nur, wenn du auch Hindernisse hast. Aber wenn die eben zu überfordernd sind oder zu früh, dann kann ein Mensch tatsächlich brechen oder wenn die einfach wirklich zu hart sind, dann kann ein Mensch wirklich psychisch sprechen. Du kannst Menschen psychisch sprechen. Nicht umsonst gibt es ja auch Foltermethoden in bestimmten Institutionen. Du kannst Menschen wirklich psychisch sprechen. Deswegen muss man das ernst nehmen. Aber wie gesagt, auch immer im jeweiligen Kontext betrachten. Also man kann jetzt nicht einfach sagen, oh nein, nichts darf mehr traumatisieren. Alles ist traumatisieren. Das wäre dann wieder das nächste Extrem. Aber wie gesagt, die ganze Mental Health Awareness Thematik auch nur deswegen möglich, weil der letzte Weltkrieg so lange her ist und würde meiner Ansicht nach sofort gestrichen werden, wenn jetzt sofort der Dritte Weltkrieg real für uns ausbrechen würde. Also wenn jetzt hier, da wo du wohnst, wenn da jetzt Panzer fahren würden, dann würdest du nicht sagen, Moment mal, das passt jetzt nicht in mein Mental Health Awareness Konzept, sondern du würdest auch sofort in den Fluchtmodus schalten oder überlegen, wie sichere ich das Leben meiner Familie, wie schütze ich mich, wohin kann ich gehen, wie kann ich zurechtkommen. Also da wirst du dann womöglich nicht den Psychologen fragen, sondern du wirst dein Netzwerk abfragen und sagen, ey, was macht ihr, wohin geht ihr, wohin geht es, ja, was ist jetzt los und was machen wir? So, ja, also so auf Kick. Gut, das war es dann von meiner Seite. Wie gesagt, das Bewusstsein für Trauma unendlich wichtig, ist aber auch immer eine Frage der Perspektive und wie gesagt, das Wissen um Trauma hat die Kraft, die Welt zu verändern. Da kann ich mich Frau Verena König nur anschließen. Ihren Kanal, wie gesagt, verlinke ich auch im Titel. Ansonsten wie immer keep it in the villa. Ciao.